Prudovkin Zunächst arbeitete er als Chemiker in Moskau, doch das änderte sich, als er das Monumentalwerk Intolerance des amerikanischen Sturmfilm-Epikers David Warg-Griffith gesehen hatte. Die Begeisterung Prudovkins war so groß, dass er beschloss, selbst Filme zu machen. Berühmtheit erlangt er mit seinem Revolutionsfilm Die Mutter aus den Jahren 1926. Die Verfilmung der Erzählung von Maxim Gorky gehört dem Panzerkreuzer Potamkin von Sergei Eisenstein zu den wichtigsten Filmen der sowjetischen Filmgeschichte. Mutter erzählt die Geschichte einer Arbeiterfamilie in St. Petersburg während der Revolution im Jahre 1905. Inhaltlich steht der Konflikt zwischen Vater und Sohn am Anfang des Films. Beide haben verschiedene Ansichten über die sich auftunde Revolution. Der Sohn Pavel bereitet in der Arbeiterbewegung einen Streik vor. Dies ist dem Vater, einem Revolutionsgegen, ein Dorn im Auge. Danach zeigt der Film, wie die Mutter Pavels bemüht ist, das Richtige zu tun und ihrem Sohn von seinen aufrührerischen Aktivitäten abzubringen. Ihr Handeln ist aber nicht politisch motiviert, sondern alleine aus Sorge um das Wohlergehen ihres Sohnes. Sie durchlebt einen inneren Konflikt und steht zwischen zwei Seiten. Auf der einen Seite steht das Wohlergehen des Sohnes und auf der anderen Seite sieht sie mit welch einer Brutalität das Militär und die Regierung gegen die Aufständigen vorgeht. Kritiker lobten an Podofskins Sturmfilm besonders den Rhythmus seiner Bildsprache, der die Handlung klar strukturiert. Aufgrund dieser strengen formalen Gestaltung gelingt es Podofkin, die politische Aussage Gorkis zu verstärken, ohne plakativ zu werden. Mutter war der erste Film aus Podofskins Revolutionstrilogie. Ihm folgten das Ende von St. Petersburg und Sturm über Asien. 1958 wurde der Film auf der Internationalen Filmausstellung in Brüssel zu einem der Sachs-besten Filme aller Zeiten gewählt. Nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler und Schriftsteller war Podofkin tätig. Podofkin schrieb drei Bücher und zahlreiche Fachartikel, mit der er die Filmtheorie maßgeblich beeinflusste. Podofkin erkannte zum Beispiel, dass die Montage mehr war als nur ein Mittel, eine Geschichte kontinuierlich von A nach B zu erzählen. Er sah in der Montage eine sinnbildende Funktion. Er benutzte diese sinnbildende Montage, um den Zuschauer auf wichtige Einzelheiten in seinen Filmen aufmerksam zu machen. Dazu benutzte er vor allem Nah- und Detailaufnahmen, die bis dahin eher benutzt worden waren, um die Dramatik in Filmen zu steigern. 1948 wurde er für seine Verdienste als Volkskünstler der UDSSR ausgezeichnet. beach-drausgezeichnet ber